Unter dem Motto Augenblicke sind bis Ende März dieses Jahres im Flur der Gemeindeverwaltung Barleben insgesamt 23 Gemälde der Künstlergruppe Portal zur Kunst zu sehen. Die Werke in Öl und Pastell stammen von den in Barleben und Magdeburg lebenden ukrainischen Malerinnen Elena Rahmsdorf und Nina Verczybicka. Bei den Pastelltechniken mischen sich die Möglichkeiten des Zeichnens mit denen der Malerei. Verwendet wurde die Technik für diese Tierdarstellungen. Die Künstlergruppe Portal zur Kunst zählt elf Mitglieder aus Deutschland, Polen, Russland und der Ukraine. Ihre Bilder präsentieren sie in unterschiedlichen Ausstellungen in Barleben, Magdeburg und auch in Haldensleben.